Ich will heute ein richtig krankes Experiment wagen, was doch nie vorher geschafft wurde. Schwerelos. Wir sind da. Let's go. Ja, schwerelos. Ich werde versuchen, so lange wie möglich in einem Raum auszuhalten, wo ich nichts hören werde, nichts sehen werde und nichts fühlen werde, was absolut krank ist. Nach 45 Minuten sollen wir da schon komplett verrückt werden. Das ist gerade krankste Erfahrung. Alter, das ist gerade krank. Oh mein Gott. Also, das Ding ist scheinbar von der NASA benutzt worden, am Anfang für Astronauten, was ziemlich krank ist. Hier werde ich gleich drin liegen. So lange wie man aushält. Und das hat noch nie jemand länger als drei Stunden geschafft. Und diesen Rekord will ich heute brechen. Du kannst es sehen, du kannst es hören, du kannst es fühlen. Es ist komplette Schwerelosigkeit im Endeffekt. Da ist Magnesium Sulfat in dem Wasser drin. Das heißt, man schwebt da... Wie gesagt, ich bin kein Profi. Ich bin kein Experte. Aber es wurde mir gerade gesagt. Ich werde versuchen, so lange wie möglich darin auszuhalten. Ich werde auf jeden Fall eine crazy Erfahrung sein. Es wird schon dunkel sein gleich. Ich werde nichts mehr sehen. Und Kira will mich beobachten. Es gibt sogar einen roten Alarmknopf, hat sie gesagt. Weil, wenn irgendein Notfall ist, ich habe keine Ahnung. Was erwarte mich dir gerade? Ich denke, ich ziehe gleich unser Wasser an. Okay, Kira breitet jetzt hier alles für die Challenge vor. Wir haben uns extra richtig fette Kamera-Equipment ausgeliehen. Extra eine Nachtsicht-Kamera haben wir jetzt hier gekauft. Und ich gucke mir das an. Sieht aus wie ein Reporter. Was erwartest du heute? Man sollte hier eigentlich nackt reingehen. Aber ich sage dir ganz ehrlich, wenn Kira da so steht, soll ich jetzt nicht unbedingt nackt sein. Ich bin abwürdig, bin ready. Ich werde das erste Mal jetzt hier reingehen. Ich meinte, Wunden werden extrem wehtut. Da ist halt dieses Sulfat drin. Und es geht irgendwie in die Haut rein und reinigt. Und es ist auf jeden Fall sehr krass. Oh mein Gott, das ist... Oh! Okay, es brennt! Es brennt! Oh mein Gott, das brennt so sehr! Oh! Ich lege mich jetzt hin. Mal gucken, was passiert. Oh mein Gott! Warum sind meine Wunden so oben? Was mache ich hier, Digga? Okay. Ich bin bereit zu schweben. Alter! Ich kann mir ein bisschen ganz vorstellen, wie es sein wird gleich, wenn das Licht aussieht. Aber jetzt gerade... Wow! Das Wasser ist exakt die gleiche Temperatur wie von meinem Körper. Das heißt, ich fühle mich gerade so oft, dass man nichts spürt. Boah, Junge, ich hab da fast den Notfall drauf gedrückt. Hier, gleich drei Stunden drin zu sein, Digga. Das wird ein Treffen. Also nach 45 Minuten von der dunkle alten Stille soll man ja schon durchdrehen, ne? Das sagt man zumindest in dem leisesten Raum der Welt. Und in dem Raum kann man wenigstens was sehen und was fühlen. Das fällt mir bei mir beides auch noch mal weg. Ich glaube, das wird total entspannt. Ab jetzt, zweite Zeit. Noch ist es nicht an. Ich gehe gleich mal alleine aus. Jetzt bin ich alleine. Ich bin alleine. Das sieht so komisch rein. Okay, vor allem noch ist das Licht an. Ich bin jetzt hier gerade wenige Sekunden drin. Und ich kann jetzt schon... Weil es so schön ist, dass man herrscht. Wenn ich für die ganze Zeit... Boah, es ist gruselig. Die ganze Zeit. Perfekt! Eine Minute drin und ich bin schon am durchdrehen. Ja, mega! Zu dem Zeitpunkt dachte ich wirklich, ich werde das nicht mal eine Stunde schaffen. Ich weiß nicht, wie es... Ich habe jetzt keine 10 Minuten aus. Das ist ja richtig gruselig. Ich habe so Angst, dass das Licht da rausgeht und dann ist es hier dunkel. Ja, ne? Ich will es ausgehen, mega. Bevor es weiter geht und ihr seht, wie ich komplett psychisch gestört werde. Vielen, vielen Dank für diesen Geisteskrankensupport bei HeyGum. Wir sind nach 5 Tagen schon fast überall ganz deutschlandweit ausverkauft. Überall sind leere Aufsteller. Irgend so ein Freak von euch hat einfach einen kompletten Aufsteller mit 150 HeyGum mitgenommen. Absolut krank. Sorry an jeden, der keine bekommen hat. Ich habe ja immer gesagt, immer schnell sein. Aber HeyGum ist mittlerweile zu einer richtig kranken Kaugummi-Firma gewachsen. Und das wäre alles ohne eure Hilfe niemals möglich gewesen. Also wirklich vielen, vielen Dank. Und jetzt geht's weiter. Außer komische Geräusche zu machen, habe ich dann erstmal nicht viel gemacht. Man spürt gar nichts. Oh, außer der Kleckwurzli. Ich habe die Wurzli geöffnet lassen. Nach meinem Herzschlag habe ich dann auch angefangen, meine Lunge zu spüren, meinen Darm zu hören. Das war wirklich einfach nur wunderbar. Das ist alles so hundertmal lauter als vorher. Ich hätte schon das Gefühl, ich stehe durch. Und ich lag und lag da und hatte einfach nur Angst, dass das Licht ausgeht. Es sollte automatisch ausgehen, aber es passierte nichts. Ich habe auch schon keine Ahnung, wie lange ich hier drin bin. Das heißt, die Zeit weiß ich auch nicht. Ich würde schätzen, es sind jetzt gerade so zwei Minuten oder so. Oder drei Minuten. Keine Ahnung. Ihr seht jetzt hier die echte Zeit an, wie lange ich wirklich hier drin bin. Aber ich glaube, zwei Minuten sind es. Junge, wie kann man jetzt schon so krank falsch liegen? Das ist ja wirklich geisteskrank. Aber es wird doch viel, viel schlimmer. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach du Scheiße, jetzt ist das Licht aus. Ich sehe gar nichts mehr. Jetzt geht das Experiment erst richtig los. Oh, Alter. Jetzt ist es wirklich wie schweben. Eieieiei. Ich habe gerade echt das Gefühl, ich kann immer im Weltall rumtreiben. Alter, das ist krank. Und während, als ich da im Weltraum rumgeflogen bin, habe ich einfach erstmal gecheckt, wie krass das eigentlich wäre. Boah, das ist krank. Boah, je mehr. Ich kann nicht mehr weiter. Ich würde sagen, ich bin jetzt ungefähr seit 20 Minuten hier drin. 20 Minuten? Wie kann man jetzt schon so lost sein? Ich bin auf jeden Fall dann erstmal 20 Minuten einfach nur am Rumpfschweben gewesen. Und dann war die 45 Minuten grenzüberschritten. Und ich habe auch schon die ersten Anzeichen der Verrücktheit gehabt. Boah, 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 boah. Boah, boah. Boah, boah. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Oh mein Gott, ich werde mir irgendwas hören, Digga. Das ist so krank. Hört gar nichts und sieht nichts. Weil ich eine Stunde lang nichts gehört habe, habe ich angefangen selber irgendwelche Geräusche zu machen. Und es wurde immer, immer schlimmer. Boah, jetzt fängt es aber an, so richtig so zu machen, so richtig dunkel. Das wird echt schwer. 2,5 Stunden. Also ich würde sagen, ich wäre jetzt ungefähr 45 Minuten drin. Na, vielleicht auch länger. Bist du verblödet oder bist du verblödet? Wirklich, das ist echt hart. Und dann ist es plötzlich passiert. Ich habe einfach alles um mich vergessen. Habe so richtig angefangen, einfach mich fallen zu lassen. Habe so viele Dinge nachgedacht, über die ich eigentlich vorher gar nicht nachgedacht habe. Und dann dann oft immer mega emotional geworden. Boah, das ist echt krass. Ich denke, dass du mit so viele Sachen nahrst. Ich habe immer ein bisschen angefangen zu weinen. Crazy, man hat so richtig Zeit für sich mal. Boah, das ist echt für dich nicht gedacht. Das ist so eine krass Erfahrung, Mädchen. Ja, das war irgendwie peinlich. Nachdem ich dann den kleinen Zusammenbruch hatte, ging es aber direkt in die nächste Eskalation. Ich habe voll in meine Augen gefasst. Und das sollte ich noch bereuen. Scheiße, meine Augen brennt es nicht. Ich habe bloß in meine Augen gefasst. So ein großer Fehler. Boah. Boah, es brennt so extrem jetzt. Und jetzt langsam habe ich das Gefühl, dass mein Körper so eins wird mit diesem All. Das sehe ich genauso wie wie beschrieben. Man spürt einfach wirklich nicht einfach nichts. Und dieses Nichtspüren hat mich irgendwann richtig fertig gemacht, richtig verrückt gemacht. Dass ich einfach endlich wieder was fühlen wollte. Ich muss mich einfach einfach so kurz verwegen, um mich kurz daran zu erinnern, dass ich noch existiere. Und ich irgendwo im Bett herumschwimmen. Andere, ich müssen durch. Bom, 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 bom. Also wenn man in den Augen zusammen greift, hört sich das an, dass ein Motorrad startet hier. Also an der Stelle bin ich auf jeden Fall komplett psychisch gestört. Ich sehe meine eigenen Hände nicht. Also ich hoffe oder ich schätze, ich bin das bei einer Stunde 20. Ich habe irgendwann einfach aus aller Hangeweile angefangen mich irgendwie zu drehen. Hauptsache irgendwas passiert da. Aber ich... Also mittlerweile, ich schaue mich da auch einfach noch an. Ich denke mir, Alter, wer ist das? Das sieht aus wie ein Psychopath. Und dann verging noch mal so viel mehr Zeit. Und ich habe angefangen, alles zu vergessen, wo oben und unten war. Ich wusste nichts mehr. Keine Ahnung, wo rechts und links ist. Irgendwo zu oben. Also, ich schätze jetzt in zwei Stunden. Wenn ich darf, ist es, dass ich schon auf die drei Stunden zusteuere und gleich den Rekord habe. Oh, der nervt, der nervt so krank. Also, der nervt mich, weil er hält mich am Leben, aber er ist nervt, so die ganze Zeit so laut zu hören. Und er wird immer laut, dann drehe ich durch. Fast drei Stunden und es wurde alles immer anstrengender, aber es war immer noch nichts gegen das, was mich gleich erwartet. Ich konnte auf jeden Fall jetzt verstehen, warum man jetzt keinen Bock mehr hatte, hier drin zu sein. Boah, ich werde irgendwas hören, hier. Doch, dann passierte was, mit dem ich so nicht gerechnet habe. Alter. Alter. Boah, Junge, jetzt geht es richtig ab. Jetzt geht es richtig ab. Ich sehe grüne... ...Dinger vor meinen Augen rumfliegen. Ich habe euch mal hier dargestellt, wie das ungefähr aussah. Das habe ich schon einmal gehabt in meiner Kindheit, wo ich meine Augen richtig zusammengekniffen habe. Und jetzt kam es einfach wieder und es ist so krank gewesen für mich. Ich sehe irgendwelche Sachen da rumfliegen, so grüne Muster, Schuhe rechts und links die ganze Zeit. Letztendlich machen das jetzt so Dreiecke, manchmal, das ist auch ein Gesicht und so. Ich sehe ganz viele komische Sachen da. Jetzt wird es gerade so eine Wolke. Jetzt geht es wieder hoch. Ja, das ist gerade krank, das ist der Fall. Alter, das ist gerade krank. Jetzt kommt, oh mein Gott. Jetzt wird es richtig schnell. Augen zu, Augen auf, man hat keinen Unterschied. Du siehst genau das Gleiche. Jetzt erinnert sich nichts. Boah, ich sehe so Wellen jetzt vor mir. So, als ob es so ein Meer wäre oder sowas. Ich glaube, jetzt ist der Weltrekord gerade. Ich hoffe, der Weltrekord ist jetzt gebrochen. Yay, das erste Mal, wo ich die Zeit relativ richtig eingeschätzt habe. Ich kann nicht mehr lange hier sein, auf jeden Fall. Wenn ich da gewusst hätte, wie lange es noch sein wird. Ich habe richtig Angst davor, dass mir das Licht angeht, diese ganzen grünen Sachen, die ich weggegeben. Ich habe richtig verneuert, das ist echt ganz komisch. Jetzt sich noch aufzupustigen, oder was ist das, Alter? So grüne Sachen, die sich bewegen die ganze Zeit, das ist echt, boah. Jetzt sehe ich noch halb mir nicht. Ich glaube, es kommt immer irgendwas da mit. Das kann man so viel komische Fantasie machen. Bei mir entwickelt sich dann aber immer mehr so eine Angst, dass es nicht mehr weggeht, wenn das Licht wieder angeht. Und das hat es schon sehr, sehr, sehr viel schlimmer gemacht. Es kann natürlich auch sein, dass es daran liegt, dass wir richtige Scheiße in der Haune bekommen haben. Ich habe halt echt Schiss, dass der jetzt nicht mehr weggeht. Und das mache ich ja. Ich spiele jetzt hier ein bisschen Pingpong. Ich habe mich da ein bisschen abgelenkt und habe einfach mit mir selber Pingpong gespielt. Okay, das habe ich da wirklich fast für 10 Minuten gemacht. Das kannst du dir nicht vorstellen. So langweilig war mir. Ich dachte mir, wo bleibt der Typ denn, Alter? Ich war ja schon so lange drin. Eigentlich ist der Rekord schon lange geblocken. Alter, warum kommt Kier nicht rein? Er kommt und kommt, aber ich erinnere. Ich glaube, ich bin die erste Person, die wirklich fast 4 Stunden da drin war. Und Alter, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass ich das gemacht habe, was ich da gerade mache. What the fuck? Das ist echt gruselig. Doch, dann habe ich mich auf einmal ultra gefreut über die größte Kleinigkeit. Alter. Da ist was. Junge, ich habe gerade erst erlebt, dass ein rotes Leuchten an der Kamera, wie geil. Einfach weil der Akku von der Kamera alles hat angefangen zu blinken und das war mein absolutes Highlight. Das war mir ganz so glücklich, dass das Leuchten auszukommen. Ich habe was zum Anschauen. Und ich habe jetzt angefangen, die Blinker zu zählen. 14, 112, 116, 117, 118, 119, 133, 634, 635, 637, 638, 639, 640. Ich habe mich verzählt. Es müssen noch drei Stunden locker vergangen sein. Also ich liege da in einer halben Ewigkeit drin. Es fühlt sich jetzt auch an wie 50 Stunden. Ich war so gebrochen irgendwann. Dann dachte ich mir wirklich, irgendwann, es geht nicht mehr. Ich war jetzt keine 10 Minuten mehr. Auch wenn der Korn nicht gebrochen ist, ich muss raus. Ich musste mehr raus, als dieses Kind jemals aus dem Bus raus musste. Ja, ich musste raus. Ich dachte, die Menschheit wäre irgendwie untergegangen. Alle habe ich vergessen. Warum holt mich hier keiner mehr raus? Ich kann nicht mehr. Oh, wo kommt der denn rein? Jetzt habe ich wirklich offiziell meinen Verstand verloren. Ich dachte wirklich, keine Ahnung, irgendwas Krankes ist draußen passiert. Alle habe ich vergessen. Ich habe mich vergessen, dass der gefahren ist. Das ist doch jetzt locker schon. Also es müsste jetzt. Ich habe das Gefühl, dass das fast schon drei, dreieinhalb Stunden ist. Der ist gefahren oder was? Doch dann, wo alles verloren schien, kam endlich ein Hoffnungsschimmer. Was riecht das wieder an? Alter. Oh mein Gott, ist das krass. Oh, ich kann gar nichts sehen. Oh, das ist schwindig. Oh, Junge. Was geht jetzt aber? Ganz langsam, ganz langsam. Boah, das dreht sich. Alter. Hier, bist du hier? Ich bin hier. Digger. Ja. Du bist noch so lange jetzt da drin. Digger, du solltest dich doch raus, oder welche? Ich glaube, was? Wie lange war das? Drei Stunden oder sowas. Ich saß drei Stunden gerade in diesem Raum. Digger, warum musst du mich denn nicht früher raus? Ich habe doch gesagt, wenn der Rekord nicht schafft, ist man nicht fertig. Komplett aufgelöst, Alter, alles. Ich bin auch so froh, jetzt wieder mit jemandem zu reden, Digger. Alter, ich habe auch so, dass es kommt. No joke, erst mal, ne? Ich habe auch noch einmal so, so grüne Sachen so rumfliegen sehen, Digger. Jetzt habe ich aber auch schon so, wie hättest du das in den Augen, soll ich nicht zu kalt? Einige Kleider, einige Kleider. Oh nein. Aber mir nicht, das ist egal. Ich habe auch immer so grüne Sachen fliegen sehen, Digger. Es war immer so vor, wie so ein Mond und so, Digger. Ich hatte so Angst, dass wenn das Licht angeht, dass es nicht mehr weggeht, dieses grüne, weißt du? Ich habe keine Drohung genommen. Ich schwöre, ich schwöre. Ich bin so froh, dass dieses grüne nicht mehr da ist. Ich bin froh, dass ich noch lebe. Bis zum nächsten Mal.